Halli hallo und hallöchen ich glaube ich habe eine schlechte ja ich habe eine schlechte aufnahmetaste aber wir kommen erst mal zu starbond nein terraria zu den 1.3 update au du hast gleich den ersten tod schon ich kenne das spiel wie auf meiner kanal ja schon gibt er ist ein kompletter boon sieht man er hat nur noch neun leben springt in den slime hat nur noch drei so mit der axt kannst du hier zum beispiel bäume fällen such dir deinen eigenen baum schön der zerverleckt minimal so dann können wir uns hier eine werkbank bauen hier in klatschen und dann hast du sofort ein weiteres crafting menü hier kannst du zum beispiel auch den bogen herstellen wo kann ich dann eine werkbank bauen äh im menü äh escape achja unsere axt macht sogar drei schaden beim schleim und du kannst hier eine holzrüstung herstellen da habe ich hier ja werkbank ist so ein kleiner tisch ja ja und du kannst hier sofort auch eine holzrüstung herstellen wir wollen ja nicht sofort wieder sterben you're the wooden man baummann schreitet zur tat jaaa der arme green fox musste drunter leiden er muss jetzt mit mir aufnehmen während er von schleim angegriffen wird ganz wie immer halt wie immer da ist nicht schön verdammt ich habe noch ein helm hergestellt ich wollte doch gar nichts nicht ich wollte da habe ich zwei helme hält doch besser ne ja sicher so da haben wir noch ein holzschwert macht sieben schaden unser macht fünf holzschwert macht weniger schaden als ein holzschwert und du kannst natürlich im inventar auch fackeln herstellen die vielleicht nicht ganz so schlecht sind vermünzen 100 stück holzpunkten ja feile fackeln drei stück ganze drei hast du schon wow ne 36 jetzt sogar echt wow der ist ja jetzt ein ganz fleißiger war wenn du das sagst ich habe die erste kiste schon drinnen war was war da drin da haben wir dann ein gegenstand detect enemy around you dann sagt er mir jetzt wie viele gegner um mich herum sind ein gegner ist um mich herum toll hier oben ist noch ne kiste vielleicht kommst du ja dran ok da kommst du auch nicht dran gott gut ich komme überhaupt nicht klar gerade was soll ich dir verhelfen soll ich dir verhelfen hilfe haben wir hier drin einen heiltrank kannst du leider nicht abbauen wenn sie voll sind und ein regenschirm falls du ein regenschirm brauchst ist man wasserscheu ne glaub nicht aber ich weiß gar nicht ich glaube der brachte nix so da ist das ist zum beispiel ein lebenscontainer der da wenn du den abbaust krieg ich fünf schaden ne ne wenn du den abbaust und benutzt kriegst du fünf leben dazu äh kriegst du zwanzig leben dazu zehn leben zwanzig leben alles was irgendwie wertvoll aussieht einfach mitnehmen erstes zum beispiel tunksten stein brauchste wie kann man denn die irgendwas bauen ne fackleine wand setzen zum beispiel ne fackleine wand hauen zum beispiel oder irgendwie stellen du brauchst einen hintergrund oder einen boden dafür achja schwimmen kannst du nicht außer du hast ein bestimmtes equipment dafür und hier haben wir eine verblasene ruine mit einer goldkiste da ist ein spiegel drin meiner alles meins jetzt habe ich einen wechselpotationsspiegel du kriegst nix alles meins noob kack noob kack noob richtig yay hier ist nichts außer oben ganz viel gold brauchen wir nicht bisschen ritsch du hast sand gefunden freust dich schon gerade über sand merke ich richtig hier dann guck mal hier ich gebe dir mal blaue flaschen die kannst du mal benutzen dann kommst du da unten raus blaue flasche ich habe dir so eine blaue sternförmige flasche sag ich mal ein bisschen spitz zulaufend ha ha hast du davon das bist du wieder davon das ist so eine teleportationsflasche ha ja als nächstes öfen bauen damit du dein eisen schmelzen kannst oder du machst mähtrescher oder versuchst den guide zu verprügeln ich weiß nicht was du da tust ich habe versucht mit der spitzacke im baum zu füllen also hast du nicht versucht den guide zu töten ne ausnahmsweise man nicht ich muss dir leider sagen klappt auch nicht schade ja guide safe ohne guide wäre das spielen für dich vielleicht ein bisschen zu schwer sonst müsstest du ja alle Rezepte auskennen oder nicht kennen oder halt in die wikipedia schon ne den müsstest du ja lesen ja ja lesen fördert ach äh lesen schadet der dummheit richtig und das wollen wir ja nicht oder ne ne das will ich nicht sooo ah und ich kann dich jetzt schon den Ofen herstellen top daran kannst du jetzt die eisen barren falls du erz gefunden hast daran schmelzen falls ich was gefunden hab erze gut dann habe ich hier gleich ein Amboss noch dazu da können wir ja schon die ersten eisen waffen herstellen also ich ja das das ja ja ich ja Boah, Sonnenblumen, wollt ihr schon immer haben, also ne, keine Gegner auch herum machen wir nicht. Hier hätten wir Kupfer. Du warst schon in der Wüste? Ja. Und wie geht's in deinem Wüstenparadies? Das ist ein Geier. Okay Ratten, der geht dir ganz schnell auf, er macht dir zwei Schaden. Du wurdest getötet? Nein, du wurdest getötet. Ich leb noch, ich leb noch, ich leb immer noch. Oh, und ich pack in der Wand fest. Naja, ersten Tote hast du ja schon mal. Wolltest du es ja besesammeln, hab ich gehört? Ja, richtig. Ey, ich kriege die Herze. Kommen sie sofort zurück. Vielleicht. Ich bin auch nur so ein bisschen überfordert gerade. Ja, ja. Alles mit der Zeit. Hast ja noch ein bisschen Zeit bevor du ernst spielst. Ach ne, wir nehmen ja schon auf. Verkackt. Guck dir das Crafting Menü an. Der Guide hilft dir ja auch. Er sagt dir ja wie du was craften kannst. Du musst einfach zum Beispiel, wenn du was in deinem Betal hast und du weißt nichts mit anzufangen, gehst auf Crafting beim Guide und gibst ihm das hin. Dann sagt dir, was du damit herstellen kannst. Und wie viel du davon brauchst. Ach, in der Wüste ist das Wasser gelb, okay. Ja, ja. Gelb ist Wasser. Sand. Ist ja ähnlich. Ihhh, hast du schon wieder reingepinkelt wie ich dich kenn. Ich hab das nicht gelb gemacht. Jaja. Das behaupten sie alle. Außerdem hast du für länger in der Wüste als ich. Ich bin doch gar nicht in der Wüste, das willst du eigentlich. Ich weiß gar nicht was da ist. So, möchtest du ein 10er Schwert haben? Aha. Okay. Du hast ein Eisenschwert. Eier, doch Eisen. Nicht gut. Wolltest du nicht haben. Doch sicher. Nein, nein, nein. Gib wieder her. Wolltest du ja nicht haben. Gruppen von Münzen haben Fernkampfschaden? Äh, ja. Ich weiß aber selber noch nicht warum. Ich sag mal so, ich hab noch keine Waffe gehabt, die die benutzen kann. Kann platziert werden. Kann platziert werden. Kann platziert werden. Steht ganz unten drin. Ja, guck mal. Oh, ich hab ein Gold. Ich bin rich. Oh, ganz viel Kupfer. Ey, dann können wir uns ja einen Goldspeicher machen wie Dagobeck. Tag. Steil los. Dreckwand. Ich will ne Dreckwand. Du bist ne Dreckwand. Ich weiß nicht. Ja, ja. Du auch. Nicht falsch. Meine Mama sagt, es ist niemals etwas, was größer als dein Kopf ist. Okay, das Sprichwort nicht. Es ist niemals etwas, was so größer als dein Kopf ist. Lebensweisheit. Chinesische Lebensweisheit. Muss also wahr sein. Ja. Und wie geht's unseren Überforderten? Denk dran, ist deine erste Nacht Outzeit, ne? Jetzt kommen gleich wieder die ganzen Viecher an, die du letzte Nacht ansehen durftest. Aha. Aber jetzt hast du ne Rüstung und ne Waffe, die bisschen mehr Schaden macht. Ob dich das schützt, glaub ich nicht. Aber der Versuch war gut. Ich versuch's mal. Hast du wieder Steinboden hin gebaut? Ja. Anfangen. Ich hab da keinen Stein mehr. Anfangen eines Kräuter. Ja, ja. Geh weg. Geh alle weg. Hallo. Hallo, du da. Dich will ich haben. Auch wenn ich dich nicht brauche. Nehm ich dich trotzdem mit. Hier hab ich noch ein bisschen Kupfer. Was machst du grad so schönes drüben? Lauf mal so ein bisschen durch die Gegend. Mhm. Aber ich findest ja eine Kiste oder sowas. Die, die dir dann vielleicht extra Loot gibt, kann ja alles möglich sein. Man kann Pilze vom Boden abschießen, aha. Ja. Die brauchst du zum Beispiel für Heiltränke. Aber die findest du so in Massen, dass du die nicht wirklich brauchst. Also die Heiltränke eigentlich. Du brauchst nur ein paar Vasen damit zerstören, dann kriegst du schon welche. Nein. Ich werde nicht sterben. Selbst die Zombies haben eine gesündere Hautfarbe als ich. Du hast ja gesagt Gamerbräune. Kellerbräune. Gamerbräune. Nein. Hier hast du ein verseuchtes Gebiet. Mit Gegner, die über 23 Schaden machen. Nein, ich war nicht ganz feige und hab mich wegziraportiert. Ach, so viele sind das doch jetzt auch nicht. Nein, nein, die machen nur 20 Schaden pro Schlag. Deswegen, 20 Schaden pro Schlag halte ich nicht allzu viel aus. Zack. Verdammt. Ja genau. Hm. Ich wurde ermordet. Mal wieder. Zwei. Mal. cutting. Komm ich geb dir, komm ich kann's was machen. Hier. Das wird unser Minenschacht. hier. Hier wo ich jetzt bin. Da darfst du dich runterbuddeln. Und ich leg dir dann nachher, wenn ich genügend Seil hab, dir noch ne Spur runter. Wenn nicht, bleibs halt unten. Cool, was hab ich denn da? Star in the bottle. Can't be placed. Boah, ich wollt schon immer einen Stern in einer Flasche haben. Du nicht? Ja, weiß ich nicht. Oh, jetzt sind wir beide hier unten. Es gibt einen Shortcut für die letzte Taste. Für den hintersten Slot. Doch, wenn du Umschalt drückst. Nein, dann nimmt er die Fackel in die Hand. Achso. Ne, die steht auf dem letzten Slot. Guck mal, stell dich mal bitte ganz rechts an die Wand. Nun fixier nur mal den Stein unter die Hand und buddel mal. Geht n ticken schneller. Aber du nimmst den linken, äh den rechten und nicht den linken. Ja. Geht n ticken schneller. Sehen zwar nicht, wo wir hinbuddeln, aber hey. Sei egal. Hm. Wir sind natürlich auch nicht die Ärzte, die vorbeibuddeln. Die sind wir schon da oben. Die würden wir eigentlich brauchen. Später. Nein, jetzt. Kommen wir ansonsten nicht weiter. Kommen wir eigentlich raus? Haben wir nur Sollen dabei? Keine Ahnung. Ich hab noch Teleportationsflaschen. Hm. Ich hab auch so nen Spiegel. Ich komm immer raus. Weiter buddeln. Wir buddeln uns bis zum Hölle. Ist sonst so. Also ne. Wir sind. Oh oh. Oh oh. Ja ich wusste nicht wo wir hinfallen. Deswegen auch. So. Ja. Jetzt hätten wir ja überall hinfallen können. In ein tiefes Loch. Nach Chuck von Norris. Och nee. Nicht der. Och nee näher. Schlimmste ist, dass jetzt kein Gegner über uns runterfallen. Der fällt genau auf uns drauf. Zack. Komm ab. Ah. Fack wir hin. Bis jetzt keine Ärzte mehr. Fünf Gegner in der Nähe. Vier Gegner. Drei Gegner. Vier. Die Gegner. Siehst du das auch oder was? Ja. Ah. Hast du auch so nen Gerät oder ist das meine? Oh. Jetzt sind wir in so ner Pfütze. Vorsicht da ist ne Druckplatte. Siehst du das Graue vor dir? Ganz klein ja. Ja und da ist die Falle dazu. Wenn du drauf gehen willst, wird der dich jetzt mit nem Giftpfeil abschießen. Jetzt hast du rüberlaufen. Da oben ist noch eine. Wo's wo die ist, weiß ich nicht. Ah da. Im Wasser hier. Jetzt hab ich die Druckplatte abgebaut. Hier hab ich noch ein bisschen Seil. Nur, wie kommen wir jetzt hier weiter runter. Ah. Buddeln wir weiter. Werden schon da saufen. Macht ja nix. Also fangst wieder oben ne? Das auch. Warte mal kurz. Jetzt nach rechts. Buddeln wir mal nach rechts. Jetzt spring mal kurz, dass du nicht hier sollst. Dann können wir da oben vielleicht mal ne Fackel hinsetzen. Und jetzt hier mal kurz nur so nen Gang nach unten buddeln. Das Wasser dahin läuft und nicht mal bei uns im Gang ist. Großzügig. Wasserverdrängung hier. Rassistisch gegen Wasser. So. Das können wir so nen Gang hier weiter haben. Ah guck mal. Wir sind nicht mal auf dem Sand. Eben. Das Wasser wird auf einmal gelb. Warte jetzt füllt auf Sand. Ihhh. Ich mag nicht mit dem gelben Fitzen. Ja wir stehen halt in nem Gang voll mit gelbem Wasser. Ne? Das tönt hier an. Kann das sein. Jetzt noch ein Seil. Ich hab nur geschaut. Da war nix. Ah. Kupfer. Können wir mitnehmen. Kriegen wir vielleicht ne nächst bessere Rüstung. Ich glaub hier gibt aber auch nur ein Rüstung plus nen Z-Pony. Wenn du ne ganze Rüstung an hast von allen, kriegst du ne halt nen Z-Pony meistens. Okay. Es gibt auch ne Kaktus-Rüstung. abgesehen. Kann von da oben eigentlich unbegrenzt Wasser runterlaufen? Nein nein. Das ist nur ein Effekt was du da hast. Das da oben ist nur ein Effekt. Das hat er noch gar nicht gecheckt. Ja dann. Ist da Kupfer? Jaaaa. Ich hab jetzt gar Lust zu spielen. Kupfer ist angweilig. Ich will gerne deine Luft blasen. Falls sie zu wenig werden einmal springen. ja. Verdammt. Du verfehlst. Ist los mit dir. Was ist da? Kupfer? Oder? Neuer Kupfer. Nehmen wir jetzt langsweise mit im Teil. Kupfer. Oh. Wir haben eine Flasche schon gefunden. Das heißt. Einer von uns könnte einen Doppelsprung haben. So. Darum halten wir. Mist. Da ist Eisen. Oder Tungsten eher. Was ist Tungsten eigentlich auf Deutsch? Wolfram? Weiß ich nicht. Bei mir heißt Tungsten. Naja. Es gibt keine deutsche Besetzung. Ne. Auch schön ne. Jetzt auf Deutsch gibt's da keine deutsche Besetzung für. Wahrscheinlich heißt das solche Abwartung ist uns ausgebucht. Nein. Ist Wolfram. Wolfram oder. Die gibt's in Deutsch schon. Aber. Die haben es nicht übersetzt. Hier haben wir Eisen. Auf der Seite. Da haben wir auch noch ein paar Kastlein. Die wollen unbedingt zu dir. Aber. Ich glaub die brauch ich jetzt nicht unbedingt. Warum komm ich da jetzt nicht mehr raus? Ich bin nur noch vorhin reingekommen. Ja. Nur weil was reinpasst heißt das nicht dass es auch rauspasst. Was ist das denn für nen Kuck? Hat sich durchgeglitscht. Ja ja. Nur weil's reinpasst heißt das nicht dass es auch rauspasst. Die haben wir Gold. Du packst bei mir aber auch ganz schön durch die Gegend oder so. Ja. Du pack ich auch. Mach dir nix raus. Bin ich der Einzige. Du packst auch ganz schön. Ja dann. Toll du musstest auch unbedingt diesen Stein da wegmachen. Das war Gold. Ja dann schon wieder. Oh oh. Noch mehr Wasser. Nein. Hm. Hm. Das wird jetzt glaub ich unser Todeshutern. Vor allem weil du nicht weiterbuddelst. Okay. Ich auch gleich wieder oben oder so. Ich auch. Hast keine Flaschen mehr ne? Ich weiß nicht wie man die. Warum kann ich die im Inventar nicht benutzen? Muss ich mir echt erst oben in die Leiste ziehen? Nö. Du kannst aber rechtsklick benutzen. Ja mach doch nicht. Äh raus. Äh in der Hand nehmen. Also draufklicken und wieder links klicken. Hier haste welche. hier. Ich hab nen Spiegel. Den kann ich immer benutzen. Jo. Danke. Jo. Sind wir mal so freundlich. Heiltrinker. Hast du Heiltrinker? Äh. Einen. Da haste mal nen Lebenskristall. Den kannst du auch mal benutzen. Also nach draußen einfach. Verdammt. Nein das war nicht der. Hier haste die dann auch noch Heiltrinker. Einfach den Kristall in die Hand nehmen und benutzen. Dann haste 20 Leben mehr. Ja. Jetzt die andere Tasse bitte. Ja in die Hand nehmen und so. Hey. 120 Leben. Du hast 120 Leben und ich hab nen Doppelsprung. Wunderbar. Haben zwar nix gebacken gekriegt aber hey. So. Haben sie Erze. Machst am Ofen krass Sachen raus. So. Ofen und den krieg ich mit. Ne. Du brauchst einfach nur davor stehen. Und dann dein Craftingmenü. Überall. Halt. Einfach davor stehen und im Craftingmenü dann halt die Erze im Barren verwandeln. Kannst dann normal craften wie in der Werkbank zum Beispiel vorhin. Du musst die ganze Zeit vor hohen runterscrollen oder was? Äh. Ne. Da ist ein. Den Hammer mit dem Viereck. Dann kannst du draufklicken. Dann kriegst du so ne größere Liste. Da rechts unten drunter. Wenn heißt Craftingmenü und dann hast du so ne andere Ansicht. Passt ein bisschen mehr was rein. Ja. So. Was haben wir denn da? Eisenhelm. Ich könnte einen Eisenhelm stellen. Möchte ich aber nicht. Und wir haben jetzt eine Pickaxe die macht 35. Toll. Die Eisen Pickaxe macht 40. Geil. Es ist jetzt wunderbar toll. Haben sie noch irgendwelche Erze? Moment nicht. Ne. Was hast du mit deinen Erzen angestellt? Gerade Barren rausgemacht. Ja. Da kannst ja gucken ob du was craften kannst. Da kriegen wir ja schon ne Rüstung zusammen. Ich weiß es nicht. Wie viel du hast. Ich hab sechs Hupferbarren, zwei Goldbarren und ein äh dingend. Tanksten. Ja. Kannst ja mal rüber wandern lassen oder hier in die Kiste packen. Warte. Kann man die Kiste irgendwo platzieren. Da. Kannst ja dann halt auch an die Kiste packen. Weil ich kann zum Beispiel jetzt nicht an die Kiste gehen wenn du dran bist. Oh was ist das denn ey. Ausgerüstet den Zustand schlecht. Ach das ist doch. Was ist das denn ey. Kann man hier nicht mal in Ruhe an die Kiste gehen und ewig nutzt man irgendeine Kacke und. Gott ey. Ich find's schön. Ach leck mich doch ey. Oh hast du den Bogen hergestellt. Für die drei Pfeile die du hast. Ne ich hatte mir auch 50 Pfeile gemacht. Oh jetzt bist du aber mal auf Harkörper. Du bist voll auf Stress aus. Richtig. Stier. Kackvieh. Geh mich nicht auf den Sack. Agro. Was machst du da? Achso. Der Rezept baut sich ne Wand. So gucken was ich mit deinen Ärzten noch irgendwas herstellen kann. Unser Guide ist mal richtig geil. Äh ich krieg Schaden. Was mach ich noch? Weil man ein Haus haben und respawnte. Ja dann. Weil sich das beruhigt. Äh. Ich hab ja dich oder so. Ja ich kenn aber auch nicht jedes Rezept hast du nicht. Können auch nichts herstellen. Noch ein schöneres. Können zwar eine Spitzhacke herstellen die 5% schneller ist. Meiner Meinung nach nicht unbedingt lohnenswert. Holzklappen. Sind hier jetzt zum Beispiel die Holzklappen sind die beiden die links und rechts von da aus sind. Okay. So als Stehplattform sind das. Wo du auch durchfallen kannst. Dann hast du wohl durchfallen. Den hab ich bestimmt schon nicht beim ersten Mal Let's Play gebracht. Ich hab ihn natürlich wieder falsch rum gemacht. Ich hab den Raufaser an den Boden geklebt und die Parkette an die Wand. Und gesagt Sauna fertig Meister. Alles nicht. Wann ist denn das dunkel geworden? Die. Bei mir ist dunkel. Achso draußen richtig. We live hier so oder was. Ja ja. Ich hab ein Fenster. Und mein Keller hat kein Fenster. Wer redet denn hier vom Keller? Ja dieser komische Schacht. Wie. Wer mich eingesperrt hat. Oh wir haben Glück lang genug tief gebuddelt. Ich bin grad ein bisschen durch das Seil gefallen. Ich hab ein Glück so ein Spiegel der dich auch immer zurück teleportieren kann. Werden die Fackel platziert? Wer hat denn das Seil weggeschmissen? Verdammt ich hab kein Seil mehr. Ich hab mein Seil grad weggeschmissen. Da liegt irgendwo jetzt ganz unten 500 Seil. So. Ich kann noch dir eins noch hinterher werfen. Warte hier. Fang mal. Kommt irgendwann mal ein Seil runter. Unser. Ach Gott unser Händler ist so dem. Ach unser Händler. Unser Guide. Aua das tut weh. Aua das tut weh. Ich weiß nicht wie ich mich wehren soll. Das war alles nicht so wichtig also. Hm. Defense 1. Ich glaube Rüstung gestanden worden. Ja toll da kannst du deine Rüstung auf aufstellen. Das ist jetzt nicht so halb Ware. Aber ich kanns. Ja. Du hast auch Ackorn in den Taschen. Ich weiß glaube ich nicht wie sie bei dir heißen. Bei mir heißen die Ackorn. Kannst du dann wieder pflanzen und dann kriegst du wieder Bäume. Du meinst Eichhörn? Bei dir heißen die halt Eichhörn bei mir heißen Ackorn. Du meinst die Dinger die aus dem Baum raus plappen. Ja. Sonst haben wir irgendwann kein Holz mehr. Nicht alt Zukunft aber lieber zu viele als zu wenig Bäume. Ja. Ich gehe mal den Guide zeigen bevor er stirbt. Der stirbt noch früh genug. Dum dum dum. Spoiler Alarm. Oh ich sollte vielleicht mal die Folge mit 34 Minuten beenden. Ach. Ach. Du stellst dich wieder an. Ich weiß. Ich bin halt ne Holzsuse. So wollen wir die Folge beenden. Achso das ist das. Weee. Ich bin dein Kindermädchen du. Also kannst du damit in den Schacht springen ohne Falsche anzubekommen. Ja. Guck mal. Weee. Ich bin dein Kindermädchen. Meine bezauberen Handy. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wirklich jetzt. Tschüss. Tschüss.